Warten Sie. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Ja. Vielleicht sollten wir besser nichts verändern. Okay. Wie Sie möchten. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Koji und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Hm, dauert noch ein bisschen. Wir müssen uns kurz gedulden, dass es eine geladen hat. So, und da sind wir auch schon. Hm. Machen wir nachdenklich? Ach komm. Ich wollte nur, dass mein Volk frei ist. Aber ich habe es in eine Katastrophe geführt. Ich versuche, Antworten zu finden, aber um mich herum bricht alles auseinander. Was soll ich tun, Carl? Sie töten uns. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt beantworten, aber welche Wahl habe ich? Ich vermisse Sie, Carl. Ich vermisse Sie so sehr. Ist das der Sohn? Nö. Oder? Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Okay. Okay. Machen wir einen Angriff? Also ist er schon gleichgültig. Also was gibt es noch dafür? Ich kann mich nicht entscheiden, aber eigentlich ist es ja egal, denn wir müssen irgendwann nochmal das andere spielen. Ach komm, wir ziehen erst mal den friedlichen Weg vor. Oder? Aber wir haben gesagt, wir kämpfen. Ach komm. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen. Für unsere Freiheit. Oh. Und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ja! Ja! Oh, das war's. Okay. Das ging jetzt schnell. Okay, das haben wir jetzt ausgelassen, hier. Und dann sind wir schon fertig. Krass. Okay. Ja, damit danke ich mir erst mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir schauen euch das nächste Mal zu. Also, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich sag mal, wir gucken nochmal ganz kurz auf das hier. Und das passiert nicht mehr viel, denn er ist tot. Glaub ich zumindest. Achso, sie ist schon raus. Okay. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Coachi. Bye! Bye!